Warum Warta? Warta liefert die fortschrittlichsten Batterien für Nutzfahrzeuge. Warta hat das breiteste und qualitativ hochwertigste Sortiment entwickelt, um erfolgreich im Wettbewerb zu bestehen. Warta-Batterien erfüllen als Originalersatzteil alle Kriterien der Fahrzeughersteller. Warta entwickelt ständig neue Technologien, um die neuesten Anforderungen an Nutzfahrzeuge noch zu übertreffen. Die EFB-Nutzfahrzeugbatterie für dreimal höhere Zyklenfestigkeit. Die neue originale Truck AGM-Batterie für sechsmal höhere Zyklenfestigkeit. Warta steht für Wachstumschancen mit dem neuen Portfolio für Nutzfahrzeuge. Warta minimiert die Gesamtbetriebskosten und ermöglicht maximale Profitabilität mit dem Warta-Partnerportal für Trucks und Flotten. Entdecken Sie den neuen Batteriefinder und unseren TCO-Rechner zur Ermittlung der Gesamtbetriebskosten für das passende Produkt. Lernen Sie mehr über Tipps und Tricks beim Batteriewechsel und verringern Sie das Ausfallrisiko. Wartas Trainings- und Wissensplattform enthält professionelle Hinweise zum richtigen Produkt für Ihre Anwendungen. Testen Sie es noch heute!